Willkommen zurück bei Sniper Elite 4. Und wir müssen weiterhin Nazis töten. Was auch sonst. Was können wir noch machen, wenn wir nicht die Nazis töten? Nazis. Nazis? Ich brauche hier irgendwie ein bisschen Deckung. Hier ist nix. Gar nix an Deckung. Und dann da oben, wenn die einmal runter gucken, wenn die einmal die Brücke runter gucken, dann müssten die mir eigentlich direkt ins Gesicht gucken. Der da hinten? Wo läuft der da? Weiß ich, wo der ist. Und wo der hinguckt. Muss eigentlich direkt geradeaus sein. Da hinten läuft er. Okay. Auch viel zu weit weg. Also, schnell in den Bunker. Hat nicht funktioniert. Hier ist auch kein Bunkereingang. Fail. Hm. Shit. Alter, da sind auch voll viele. Ach, da kann man eine Seite auch noch lang. Oh, sind da viele. In die Festung eindringen. Ja, toll. Hallo, wie viele Typen sind denn da? Würdest du mich verarschen? Ich dachte, da wäre so einer oder so. Der eine, den ich gesehen habe. Aber nein, da sind direkt sieben. Warum auch nicht? Und da sind doch nur die beiden hinteren. Wo sind die anderen beiden? Hä? Da ist doch gar kein Platz für die. Hä, wo sollen die denn sein? Da ist doch nix. Hä, bin ich jetzt doof? Oh. Da sind die. Shit. Was, der andere ist irgendwo. Ach, da unten. Ah, guck mal da. Sogar ein Offizier. Den, äh, müssen wir leider mal eben schnell. Tschüss. Der wäre der Herr. Der sieht doch wichtig aus. Okay, die Waffe ist doch nicht weiß. Sah nur so aus. Der sieht wichtig aus. Der sieht in der Tat sehr wichtig aus. Der einer weg. Die beiden da oben können wir mal drauf scheißen. Habe ich eigentlich die Typen immer gelootet? Ne. Ich habe nicht einen einzigen Dienstplan. Was ist das denn? Habe ich den hier gemacht, ey? Wieso habe ich denn keinen gelootet? Ich habe nur nix gefunden. Gar nichts. Das sieht's auch gar nicht ein. Wie geht das denn? Habe ich das denn angestellt? Ach, so ein bisschen der Speer dahinten noch sorgen. Den sollte ich vielleicht nochmal holen. Aber dafür jetzt Munition verschwenden. Ich habe mich so schön drum herum gearbeitet. Oh, kratzen im Hals. Oh, was ist denn da los? Hm. Kann ich da noch irgendwen sehen, den ich noch nicht kenne? Nee. Kann ich nicht. Hier ist nur ein Raum. Yes! Erste Sammelobjekt. Endlich mal was. Noch ein bisschen was einsammeln. Wunderbar, 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 wunderbar. Die beiden sind schön, ganz schön scheiße. Aber die kriege ich ja so irgendwie. Hier ist vermutlich irgendwo einer in dem Bunker drin. Nee, die laufen in dem... Der läuft gerade in die Dingens rein. Die Ringstände? Ja, komm ich auch nicht rein. Ich muss quasi über den Weg gehen, weil... Wie soll ich ihn das sonst machen? Shit. Er hat die Leiche gefunden. Crap. Da war ja was. Okay, da drin sind jede Menge. Einen Doppelkill kriege ich von hier aus nicht hin, ne? Jetzt wäre so dieser eine Moment gewesen, an dem man einen Doppelkill hätte machen können. Shit, 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 shit. Er hat was gesehen. Aber ich weiß nicht, was das ist. Ich stehe aber auch richtig scheiße. Hallo? Shit. Oh fuck. Das war richtig dumm. Komm, geh hoch. Fuck, sie kommen. Sie schießen sogar schon. Nothing else. Okay, der Ringstand hat mich noch im Visier. Die anderen wissen nicht, wo ich bin. Das ist gut. Von dem anderen Lager da unten haben mich auch keiner gesehen. Das sind nur die auf der Brücke noch, ne? Ja. Okay. Ja, nur die drei haben mich noch. Hm. Knorriere ich die? Können wir die jetzt holen, aber was habe ich davon? Scheiß, was drauf. Verschwinde ich nur Muni. Die da hinten haben mich nicht gehört. Die wissen nicht, wo ich bin. Also, egal. So lange die nicht mehr hinterher kommen, das spielt ja keine Rolle. Yay! Ach, Tresorkombination. Uh, uh. Feini, Feini, Feini. Feini, Feini. Das ist fein. Das finde ich gut. Meinen Markieren brauche ich dir eigentlich auch nicht mehr. Da hinten ist der Tresor auf jeden Fall. Alter, was das hier für ein Labyrinth ist. Gott, wie soll ich da denn durchkommen? Ey, das ist ja schrecklich. Und wie viele... Ach, der... Hm, der ist ganz da hinten. Natürlich ist der ganz da hinten. Okay, ich muss einmal quer durch. Ach, scheiße. Und ich glaube mit Lampen ausschalten komme ich hier nicht weit. Habe ich so die Befürchtung. Okay, Ziel erreicht. Ja, irgendwo muss ich jetzt was anderes machen. Die drei, die wissen immer noch nicht, was los ist. Läuft er da irgendwo lang, der Typ? Oder gibt es hier mehrere Etagen? Hm, die sind sehr eng gelaufen. Okay, der Typ ist theoretisch. Über mir. Aber ich glaube, ich bin im unteren... Ja, ich bin im unteren Bereich der Halle. Ich muss in den oberen Bereich. Ich muss immer eine Leiter finden. Oder eine Treppe. Da ist eine Treppe. Shit. Oh Gott, fährt der noch? Oh Gott, oh Gott. Hier sind so viele Lappen, ich kriege ich gar nie aus. Fuck. Was, 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 was? Was war da? Bin irgendwo reingelaufen. Shit. Shit, ich habe irgendwas getriggert. Shit. Alter, jetzt kommen sie alle. Fuck. Vor allem die da oben, fürchte ich. Oh fucking shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, Frau Schmidt. Und die da draußen, die sind auch noch da. Alter, jetzt bin ich aber richtig eingekistelt. Kacke, hab ich nie gemacht, ey. Ob das mal gut geht. Ob das mal gut geht. Bin mir da noch nicht so sicher. Der schlauesten wäre, glaube ich, wenn ich jetzt in den anderen Gang reingehe. Weil da sind jetzt alle und die gucken alle in die Richtung. Der da hinten, der haut gerade schon wieder ab. Können wir also ignorieren. Der sieht mich nicht. Ne, die können wir alle nicht sehen. Da hauen wir ab. Drinnen die vielleicht schon eher. Da müssen wir mal hier so rein. Ich decke mal meinen Rücken. Warte, Fälle. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Da ist was zum Einsammeln. Brief aus der Heimat. Ist noch mehr. Memo an Karl-Heinz Böhm. Äh, nö, 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 nö. Ich freue mich, wenn das Projekt wie geplant Form annimmt. Schon bald werden wir mit der Operation gegen die Nachschubwege der Alliierten beginnen. Okay, das hilft mir leider nicht. Ich dachte, das wäre irgendwas, was mehr Informationen über dieses Kartenlayout gibt. Aber das hat leider nicht geklappt. Okay, da hinten geht einer auf Patrouille. Da wird, ich fürchte, der wird gleich in meine Mine reinlaufen. Ne, er läuft dran vorbei. Ach du Scheiße. Kessler ist ein Baby. Better make sure it's dealt with. Fuck. Das? Gehen wir mal auf Nummer sicher. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Die sind schon wieder alle alarmiert. Da drüben, die sind noch nicht in meine Mine reingelaufen. Aber da fehlt nicht viel. Die sind wahrscheinlich oben. Kann ich mir vorstellen, dass die gar nicht unten lang laufen. Oder? Hm. Hat nicht viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt. Aber das Problem ist, dass da in dieser Halle... Ja, den einen sehe ich, aber die anderen beiden sind so weit weg. Und der... Ne, der Panzer hat sich nicht bewegt. Da ist ein anderer Panzer. Amts aber auch echt nicht vorwärts. Das Problem ist, dass ich vor allem nicht nach oben komme. Wo die ganzen anderen Gegner sind. Das ist ärgerlich. So. Aber den hier kann ich schon mal auslöschen. Das ist schon mal ganz gut. Den krieg ich schon mal. Irgendwie. Der muss doch irgendwie umbringbar sein. Kann sich ja nicht so verschanzt haben. Ah, der hat sich so verschanzt. Der hat sich wirklich so verschanzt, dass ich ihn nicht treffen kann. Scheiße. Der hat einen Drecksack. Okay, er läuft woanders hin. Dort ist sein Ende. Ah, da ist weg noch einer daneben. Der hat sich wahrscheinlich erst mal geduckt. Ja. Und haut jetzt ab. Die anderen sind über mir. Da habe ich also kein Problem. Ich kann noch ein paar Stolperminen irgendwo hinlegen. Aber... Hier ist Raketen sabotieren. Ziele, die wir ziehen. Hier ist Spezifikationen. Wo sollen die sein? Die Spezifikationen. Da war er. Ich habe einen gesehen. Ich habe jetzt irgendwas markiert. Ich habe keine Ahnung, was es war. Was habe ich denn da markiert? Keine Ahnung. Wird hier auch nicht angezeigt. Durch den ganzen Kram hier. Also irgendwo, da müssen noch welche sein. Aber da muss er... Ah, da ist er. Da war er. Ne, der ist tot. Hä, wieso kann ich den markieren? Der ist doch tot. Dahinter ist noch einer irgendwo. Ich kann nur nicht sehen. Und der haut immer dann ab, wenn ich gerade nicht in die Richtung gucke. Shit. Wenn ich jetzt in die Map gucke, dann müsste er jetzt... Da ist er. Kriege ich den? Da ist noch einer. Shit. Kriege ich den? Kriege ich ja. Den habe ich. Der andere hat das gemerkt? Nein, hat er nicht. Ist ihm nicht mehr aufgefallen. Ha! Und dann machen wir den auch. So. Zwei weg. Die anderen sind über mir. Da habe ich also kein Problem. Sollte also kein Thema sein. Der andere da oben rechts, der ist arschweit weg. Ist aber auch riesengroß hier. Ey, mein Gott. Was für ein Gebiet. Also für eine Map. So, Raketen sabotieren. Wie mache ich das? Interagieren. Hat keiner gemerkt. Sehr gut. Das war nur die erste, merke ich gerade. Och Gott, von fünf. Alter, sind da noch viele auf der Karte. Alter, scheiße. Shit. Na, das kann ja noch was werden hier, ey. Na gut, das soll letzte Level, ne. Das kann natürlich jetzt nicht so Pille-Palle sein. Das wäre... Alba. Können wir nicht so einen billigen Scheiß machen. Ah, hier liegt noch was. Das war ein bisschen offensichtlich. Schon wieder eine Memo. Schatten ist nicht gefallen. Bin ich der Schatten? Bin ich der Schatten? Bin. Ist der unten? Oh ja, der ist unten. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hä, wo ist er? Achso, der Nazi hat sich bewegt. Alles klar. Rakete kriegen wir hin. Den Nazi schaffen wir auch. Er hat sich nur irgendwo dahinter versteckt. Ich weiß gerade nicht wo. Ich kann... Ach, ich kann's auch kaum was sehen. Dahinter, da läuft er. Leider viel zu dunkel hier. Aber den kriegen wir schon irgendwie. Kriegen wir hin. Alles gut. Kein Problem. Keine falsche Scheu. Da liegt auch noch was zum Sammeln. Yay. Sammeln. 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 Brief aus der Heimat. Zurück ins Meer. Ha. So, Rakete sabotieren. Hallo? Hallo? Achso, ich muss hier hin. Und Kabel rausreißen. Zack. Siehe. Spezifikationen finden. Okay, das muss irgendwo noch... Dann die Etage höher sein. Gehe ich mal von aus. Weil sonst macht das keinen Sinn. Und dann kommen wir auch zu den ganzen anderen Gegnern. Yay. Da freue ich mich doch drauf. Endlich wieder Gegner töten. Geht's hoch? Da geht's hoch. Ah ne, die haben wir mit dem Ding da oben kaputt machen können. Hab ich nicht gesehen. Äh, wie kommen wir jetzt da rum? Ach du Scheiß. Was ist da denn alles? Ach, okay. Voll das Ding ist. Operationslager. Also nicht Operation im Sinne von jemanden aufschneiden, sondern, äh... Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ziel in der Nähe. 20 Meter. Okay, dann schleichen wir uns mal hier hin. Und ich hoffe... Ich glaube, in dem Raum ist keiner drin. Missile Textpacks. Die firste Heimat. So, Spezifikationen. Nehmen wir mit. Zack. Okay. Kann ich mir die angucken? Das finde ich cool. Wenn ich jetzt wüsste, wie die aussehen. Sonst ist hier aber nix, ne? Kann ich hier noch irgendwas kaputt machen? Irgendwann rausreißen. Der Typ ist direkt hinter der Wand. Er würde also mega auffallen. Der Typ müsste eigentlich direkt hier hinter der Wand stehen. Mit seinen beiden Kumpels. Shit. Hm. Hä? Hä? Der ist nicht in die Luft geflogen? Doch, so gut. Toll. Ich wollte aber eigentlich... Ich wollte die eigentlich alle. Ja, die gehen natürlich jetzt in Deckung. War ja klar. Na, das hat nicht funktioniert. Na, weil ich mich ne Mine verschwendet. Für so'n Scheiß. Weißt du? Wollte gar nicht... Ist jetzt... Och. Das war dumm. Das war blöd. Das hätte nicht funktioniert. Das hätte ich sneaky machen müssen. Das habe ich vergeigt. Gut. Nichtsdestotrotz ist die Folge vorbei. Und wir haben schon immerhin... Ne? Dann wollen wir mal gucken. Zwei Primärziele haben wir schon fertig. Also ist... Ne? Ist jetzt nicht... Ne? Den Berichten brauchen wir noch. Und noch drei Raketen. Also ist jetzt nicht so scheiße. Läuft gerade. Ganz gut. Und wir sehen uns deswegen... In der nächsten Folge. Und dann geht's wieder an Nazis töten. Macht's gut. Ciao.